Ja, wir haben genau 8 Enderpellen, also das ist ein paar Spiele, danke. Ist wieder clever hinbekommen. Schauen wir mal schnell bei den Bienen vorbei, ob sie sich mal mutatiert. Achso, habe ich das Ding mit? Ich glaube nicht. Achso, der Block wettet an, von Shiny Bar zu Platinum Block, deswegen. Ja. Deswegen. Wo habe ich meinen Bienen-Analyzer? Da ist mein Bienen-Analyzer. Da ist der Wupp. Die arme Kaktus-Plantage, die da noch rumgammelt. Ich weiß auch nicht, was die machen soll. Und hier hinten wieder zum Bein. Atlarus und Quicksilver. So, welches Meer light? Dies light Lyman und dies Lyman light. Okay, wir nehmen erstmal die. Atlarus. Schiff und Schiff. Schiff und Lyman. Quicksilver habe ich drei Stück. Laus. Und fünf. So. Mal zehn hier rein. Zehn da rein. Das passt schon. Da auch wieder ein bisschen paar Stunden. Na, der läuft extrem schnell. Quick. Machen wir auch nichts von. Und was, für Quicksilver? Ja. Ne. Ich glaube, das kann man... Ah, mit Alchemie weiß ich nicht. Aber jetzt nämlich nicht... Das wolltest du ja machen. Mit Trier und... Saber Dust. Ich glaube, mit Trier hatten wir hier oben noch. Da. Nein, Questbuch. Komm wieder. Come back. Come to me. Saber Dust da. Okay. Haben wir alles? Dann habe ich das nämlich auch gleich schon. 2000. Okay. Lassen sich Sticks verbrennen. Ja. Lassen sich Sticks verbrennen. Kannst den Kopf auch verbrennen. Nicht witzig. Dann habe ich nämlich gleich den nächsten Block. Oder die nächsten beiden Blöcke. Der hat noch genug Strom, okay. So. Okay. Und das. Das. Was sieht der nun aus? Warte mal. Zendos hat ja noch was gemacht. Kann ich mal gucken, was du noch hier so fertiggestellt hast. Oh. Kalk. Kulp. Ähm. Hast du die Loculation Quest gesehen? Hä? Bei. Bei Hell of. Hell and Nightmare. Da gibt es eine Quest, da musst du überall hinlaufen, ne? Welche denn? Bei Hell of Nightmare, wo der meint. Base of the. Hä? Korrupted Cell. Korrupted Cell. Mal um. Moment. Ja, ich weiß. Ich bin doch gerade, du Spacken. Korrupted Cell. Hatten wir die nicht irgendwo? Korrupted Cell? I should look around and see what you found. Take the player onto Loculation. Warte mal. Die haben wir doch irgendwo. Cloud, Mesa. Die musst du haben. Ich weiß, dass wir die irgendwo hatten. Das ist Cloud. Cloud 8. Da ist die Korrupted. Hier ist sie. Ja, dann machst du mal rein. Die funktioniert doch nicht. Mach mal. Oder funktioniert die jetzt erst? Ja, deswegen will ich es ja wissen. Ja, irgendwas hat geladen. Ja, da ist sie. Oder? Äh, ne. Ne, der hat was anderes geladen wieder. Ne, der hat gar nichts geladen. Warte mal. Warte mal, wir nehmen mal eben die Cloud 8 nochmal. Ach, warte mal. Ich habe wieder vergessen, die Cloud auszunehmen. Ja, warte. Äh, Cloud. Ist jetzt Cloud weg? Ist weg. Okay. Probier nochmal die Korrupted. Sucker, die funktioniert nicht. Hm. Most of this cell is Korrupted. I should go around and round. Okay. Äh. Oder wie kommen sie danach? 100 Meter away. Guck mal, weil die Blöcke sind ja irgendwo. 110 Meter. Das ist gut. Das ist irgendwo unten. Moment. Hm? Ne, runter kann ich auf jeden Fall noch nicht. Oder muss ich die... War das die, die man finden musste? Keine Ahnung. Äh. Warte mal, ich glaube, ich habe da sogar... Minus 57. Nix. Weil ich sollte... War, warte mal. Game out. Aber sonst verrecke ich wieder. Eins. Ähm. Ich glaube, das war der hier. Hui. Ja, ich wäre voll verreckt. Hätte ich das jetzt nicht gemacht. Hier ist das Haus. Die gefunden habe. Äh, warte mal. Ich komme mal im Game-Mode. War das Flash-TP, ne? Äh. Lol. Ups. Da habe ich sie kaputt gemacht. Ja, welches ist das davon? Hm? Das ist das nicht. Ich komme mal auf das Ding. Ja, nee. Ich weiß es doch. Warte mal jetzt. Hier habe ich... Hier habe ich die gefunden. Die Co-Apte Zelle, oder das? Hm. Da muss ja auch noch ein Nether-Portal. Wie heißen die Tresoren? Das ist mal home. Das ist ja alles hier in der Nähe irgendwo. Wie heißen die Tresor? Weiß ich... Tresor? Hä? Ja, diese Teile, wo wir im Aufpassung gefunden haben. Äh, safe oder so. Carpenter-Safe. Die meinst du? Ja, hab schon. Ach, noch 10 Meter. Das war hier irgendwo. Ich muss das Ding nämlich immer wieder hinsetzen. Ich habe es kaputt gemacht. Das ist irgendwo draußen auf jeden Fall. Hm. Ich versuche mal was. Können wir home? Ja, pack mich mal. Das ist das Teil hier drüben. Das ist das dicke Teil hier drüben. Da kommt die Coopted Fount hin. Coopted Cell, meinst du? Hm. Noch ein paar Blöcke hier, dann kann man ein bisschen aufsteigen. Naja. Ich bin jetzt nur 51 Blöcke entfernt, das andere ist. Naja. Und ich wundere, ich bin jetzt gerade im Flugmodus, ne? Ja, ich auch. 6 Meter. Und? Das eine habe ich jetzt besucht. Also es muss irgendwas mit der Coopted Fount hier zu tun haben. Machen wir mal gucken, ob wir die jetzt aktivieren können. Hier. Das ist mit dem System hier. Das, was hier drin ist, Centos. Ja, dass du es mal aufbaust. Hm. Muss ich das? Soll ich das jetzt aufbauen, Herbert? Ja. Warte mal, weißt du, ich mache mal hier eben einen Waypoint hin, okay? Mach doch. Waypoint, äh. Base. Base unten. Achso, die Zellen sind leer. Ich auch gerade. Gib, tu alles rein. Was tu? Hm? Fink dir nix, Zelle ist leer. Ja, das ist normal, dass die leer ist. Aber, das ändere ich gleich. Waypoint, Sound. Oh. Waypoint, Sound. Teleport. Äh, ich habe von den Dingern noch welche. Und ich habe, glaube, noch aufgeladene Zells irgendwo. Moment. Ja, da sind da noch welche. Ja, das sind die Nuller. Sind da noch irgendwo welche? Hier sind hunderte Zells noch, denn ich habe vier Stück.